Hallo! Ich bin hier in meiner Küche. Ach, komm mal, wo ist denn die Kamera? Das ist die Marion. Das ist eine ganz, ganz liebe Freundin von mir. Das war mir nicht wirklich da. Und, ähm, oh, da sieht man meine Plauze. Das können wir gerne machen, aber ich mach mich jetzt mal schön für euch. Oh, hier hat nicht so gut geklappt. Aber wir sind gerade Plätzchen am Backen. Wir sind hier in der Küche. Hier, ich, ähm... Und zwar mache ich gerade das Rezept von... Guck mal, wie ich heute aussehe hier. Und so auf YouTube-Kommission, ne? Wir sind nicht langsinnig. Oh, scheiße. Da müssen wir die früher... Auf jeden Fall machen wir das Rezept von Kolchen-Fößeen. Nochmal vielen Dank für den Tipp. Die erste Nahrung ist nicht so gut geworden. Ich bring euch mal... Ich bring euch mal zum Backup. Also da sind die schon fertig. Da. Da. Oh, scheiße. Da kann einer mal mit dem Backofen aufmachen. Hm. Das ist lecker. Das riecht auch voll gut. Guck mal, wie viel Uhr wir schon haben. Wir haben schon 23.04 Uhr. Ja. So. Ich zeig euch noch... Und das habe ich auch noch gemacht. Gestern. Sieht man das? Diese... Da. So. Da. Das sind Orangen. Äh... Für Deko. Warte. So. Jetzt gehen wir damit ins Wohnzimmer. Das ist unser Tannenbaum. Ähm... Da ist jetzt auch die Buffy. Da. So. Ja. Das, äh... Das jetzt von mir ein kleiner Gruß. Aus der Küche. Mh... Ja. Ach übrigens, ähm... Anni, das darf ich ja noch gar nicht sagen. Die Marion kriegt vielleicht nämlich noch ein cooles Geschenk. Oh nein! Ein Geschenk? Die Marion will ein Geschenk, habe ich trotzdem. Das darf ich mir lange schenken. Ja. So. Ja. Äh... Soviel dazu. Es ist der 22... Noch der 22. Dezember. Ich habe noch keine Plätze gepackt. Also... Ja. Jetzt ja schon. Bevor ich weiter Quatsch rede. Bis spät. Was mit einer Palö neighbour? Doch. ب